Musik 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 Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, die Desi und ich heute hier in Rohrbach meine neuesten Kreationen präsentieren zu dürfen. Gell, Desi? Im ersten Teil meiner Schöpfungen sehen Sie Abendbekleidung für den besonderen Anlass, sanfte Farbkombinationen und pfiffige Accessoires. Den Auftakt macht unsere einmalige Bernadette von und zu Sportplatz in einem hocheleganten, braunen Ensemble. Bitte sehr. Vielen Dank. Nun präsentiert sich unsere Maxim von Spitzmaus in einem Zweiteiler aus göttlichen Materialien. Vielen Dank. Als nächstes lassen Sie sich verzaubern von Weintraut vom Sirenenturm. Sie zeigt Verführung und Ruhe. Unser nächster Star ist Geraldine Churchley in einem glanzvollen Farbkombinationen. Und zum Abschluss dieser Runde. 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 vorstellen? Dessous. Dessous, ein unbedingtes Muss. Dessi, gib Ruh. Zu Beginn unsere Pannenfrau Bernadette, jeder Liegengebliebene läuft ihr weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie hat heute keine offene Ritze. Die Rund ist für ihre Süßigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die letzte unseres sanften Reihens ist Andrea mit der Zipfelmütz. Die ist ja heute gar so spitz. Schließ es in deinem Herzen ein. Hebe es auf und wenn du einmal traurig bist, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist. Das war ein kleiner Auszug aus meinen edelsten Schöpfungen. Und wir hoffen sehr, es war eine Bereicherung für ihren Sinne. Das haben wir fein gemacht. Gell, Dessi? Die Musik für neue Ideen und Kraft zu schöpfen.